Wir können jumpen, Jungs. Mach! Mach! Ich bin da mit ihm. 22, 17, 14, 14. Wie viel? 22, 17, 14, 14. Wer bringt Boko? Quay, ne? Ja. Äh, Second macht, äh, Rod? Ja, Second, Rod. Oh, er kriegt. Und ich bin mit dem fast bestmöglichen, ne? Ja. Nein. Doch, doch. QSG-Experte. Dodo. QSG-Experte ist einer der besten Battenhalter von denen. Ja, WP, ja. Der hat bei uns noch kein Bat-Bolt. Doch, er ist der First World. Nein, das war nicht QSG. Das hat Kratz, ja. Stimmt. Oh, Micky ist weg. Ach, Micky ist doch da. Moin, Micky. Oh, Jungs, bin fast mal drinnen. Ich hab so Schiss, ne? Geist, ich muss so kacken, ne? Oh, Jungs. Der verkackt. Er verkackt. Rüber, 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 rüber. Ich hab keine, ich hab keine Dinges mehr. Ja, Shinzi ist doch. Go, Shinzi! Go, Shinzi, zie, 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 zie. Jungs, go! Go, 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 go. Bau nochmal zu denen rüber. Shinzi, pass, 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 pass. Janik, pass, 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 pass. Auf, pass, lauf, pass. Pull ein, pull ein. Lauf durch, lauf durch, lauf durch. Pull Panda. Leute, ane, Leute. Nice, 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 nice. Stay oben, stay oben, stay oben. Janik, ich geh drauf, ich geh drauf. Oh, der hat sich runtergebrochen. Der hat abspuckt. Janik hat ne Picke, glaub ich, und entsperrt. Alter, dieser Hure-Zone. Hey, Mpix, fuck. Ist unsere Watt oben, ist unsere Watt oben. Fuck. Echt, du bist oben? Der Fick hat den schwer. Ray, was mit Bo, was mit Bo? Ja, ich geh. Ray, lauf runter, bloß. Tag, du bau dich safe. Versuch die Watt zu holen. Tag, du geh auf die Plattform oben. Ich hab das Platz von oben taggt. Ray, der Krip liegt hier. Ray, der Krip liegt hier. Ray, der hat Rod. Du musst ihn holen. Ray, dann bring ich Bo hoch, Alter. Ja, bring hoch. Nein, warte, ich bin da. Ist Rod oben? Ist Rod oben? Luca, äh, Janik gib Luca, dann ist er Krip. Du musst gegen Benny jetzt dann, ne? Die Bau ist safe. Janik, du musst safe bauen. Ja, liegt da. Ray, liegt da alles. Janik, du musst safe, man jetzt. Hier Gold. Tag, du, tag, du, oder warte, scheiß drauf, scheiß drauf. Boah. Baut den Bo safe. Benny kommt, Benny kommt. Ja, ich mach. Probier, best is, best is possible. Benny kommt, der jetzt. Heißt auf die Rod. Hol den Bo, hol Benny. Ja, der hatte Koppel, der hatte Koppel. Garmin, das jetzt schon geplaced hätte, ist gut. Na, hat er noch eins. Ich glaub nicht, ich lesen. Ja, schwuchtel, Alter. Komm einmal, Benny. Lass dir safe bauen, sodass du hochkommst. Ja, ja. Du, pass auf, Tektu. Tektu, pass auf, der kommt dann hoch. Tektu, Tektu, Tektu. Tektu, Tektu. Ich hab immer so viele Blöcke. Dodo. Das ist Dodo, Dodo krieg kaum noch weg. Ja. Geh nur noch oben. Bleib safe, bleib safe, bleib safe, bleib safe. Ich, ich komm nach, ich kann auch safe. Fick ihn einfach, fack ihn einfach ab. Ach lol, da war Wegende. Ach du Scheiße. Ray, 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 Ray. Da oben ist jemand. Ray, da oben ist jemand. Lass mich vor, lass mich vor. Schön. Nein. Er ist hoch genug. Quatsch! Wer ist down? Wer ist down? Rettet sich drauf hin. Lukas down, Lukas down. Halt es oben! Ja. Wer ist alleine? Warum, warum gehst du runter? Ja, wer hat Penny. Ja, Mann! Hat Penny! Nice, nice, nice. Tektu, mach dich ready for second vote. Einer kommt von uns, Tekt. Alter ey. Ach du heilig Scheiße. Ja, ich mach's jetzt richtig. Pass auf, Tektu, pass auf. Ich hab kein Essen, nichts. Ich kann nicht denken. Geil, Tektu, gut, gut, gut. Tektu, weiter, Jungs. Carlotti, Carlotti, du musst den holen. Ja, los! Lauf, lauf, lauf! Lauf um dein scheiß Leben, lauf! Ist oben free. Dodo, Dodo kommt auch hoch. Ja, noch, noch. Deswegen, du musst jetzt gegen Dodo. Ping gegen Ping. Wer gewinnt? Ping oder Ping? Du, die Team Media gegen Schweiz. Oh, komm! Das, das, das will ich sehen. Ja! Du, die Team Media 1 zu 0. Kommt hoch! Ich hab teilweise 3 breit gebaut. Wo ist der? Der ist ganz hinten. Ganz hinten, ganz hinten, ganz hinten. Ganz hinten, ganz hinten, ganz hinten. Eins, zwei, der links. Da, wo da eine Block noch schwebt. Da runter so. Hä? Genau, genau, genau. Jetzt ist er mitte, mitte unten. Genau, mitte unten. Die sind zu zweit jetzt da. Efrem, warte. Ja, ja, stay here, stay here. Alter, ey. Bendy kommt denn mit Bogen, oder? Ja. Sag, lass mir den her. Dann kommt ein Fullstuffer, dann kommt ein Fullstuffer aufpassen. Ja, Bendy kommt mit Bogen hoch, Ray. Ja. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Es blieft. Achtung, achtung! Ray 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 Ray. Tag, du hol den. Einer läuft durch! Einer läuft durch! Einer läuft durch! Ja, nice. Also ab, los, jetzt hoch, 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 hoch! Fick! Ja, nice, nice. Hoch, hoch, hoch. Take du, take du? Hoch, Luka. Jetzt baut ihr da auf und fickt Benni den Arsch. Wart auf, wart auf. Baut Benni einfach auf. Hau auf. Wo ist der? Karotti, rush durch. Doch, geht auf Benni, geht auf Benni. Nein, Karotti. Ich hab keine Fixe. Hier ist er. Rush du, Karotti, rush du. Nur einer der Base. Komm, du holst die. Komm Junge. Hey, ich bin tot! Leute! Wenn du tot bist. Wer war denn da? 1stack, 1stack Leute. Wie kann sein, dass Dodo noch da ist? Wo war der? Ja, Jungs! Lodo. Achtung, passt auf. Der kommt, der kommt. Der ist low, der ist low, der ist low. Gib ihm. Schön. Leute, kommt nach. Ich halte ihn noch auf. Die bauen unten. Jungs! Oh, 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 oh! Komm, 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 komm. Die bauen aber auch unten. Ja, er hat mich. Jungs, das kann nicht wahr sein. Fuck, Alter. Ja, Benni ist oben. Hat der irgendwas? Bo. Der Bau halt. Leute. Aber Mpix. Mach unten durch. Achtung, F-Trim. F-Trim. Mach dich safe, mach dich safe. Mach über dir zu. Genau! Fuck, ey. Das ist doch doof. Jungs, warum ist weg? Warum ist weg hier denn alle Tech-Tunes? Egal, egal, egal. Mein Bildschirm ist aus. Lol. Hey, Janik, pass auf. Frey is here. Über euch steht jemand, ja. Lend durch. Über einen 1stack kommt einer, Leute. Ja, ja, ich hab Bogen. Baut dein Bett nicht dazu, ne. Der lebt noch. Der lebt noch. Alles klar, Alter. Ja, hast du nicht. Ja, gib mir doch einen Hit in der Luft. Solche unleashed Huren, Kinder. Ohne Witz, Alter. Ey, Benni, du mit Bogen nach vorne. Pass auf, pass auf. Leute, das Bett ist scheiße eingebaut, ne. Ne, ihr müsst das Bett besser ein, Mann. Ja, 1stack. Ihr müsst das Bett besser ein und unten durch. Die haben unten Bogen. Haben die unten Bogen? Ja. Ich glaube. Doch, haben die. Nein, 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 der ist auf dem 1stack. Der ist auf dem 1stack. Nein, nein, die Pfeile kommen von deren Welt. Ja, aber auf dem 1stack ist auch einer. Ey, das lohnt sich nicht, da jetzt anzufangen. Der wird mich jetzt entkriegen. Kontert hinten hoch, Leute. Kontert hinten hoch. Ja, unten können wir vergessen. Der chillt auf dem 1stack. Komplett eingebaut. Hey, Junge, wie er nichts kassiert. Oh, das wichst du. Kontert hinten hoch. Ich versuche noch einmal über den 1stack anzugreifen. Der steht auf dem 1stack. Ja, ja. Hab einmal Panda. Da können wir echt voll E-sitten kontern. Hab nochmal Panda. Hab nochmal Panda. Dreimal Panda getroffen. Jetzt wieder unten. Schön, 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 schön. Er verpisst sich auf dem 1stack. Jetzt wieder unten. Einer wieder unten lang. Der läuft unten lang. Die Pappen noch nicht mal OP weg. Ey, er sieht dich nicht. Er sieht dich nicht, Mpx. Ich sneak mich hoch. Mpx, wenn du den jetzt holst. Nee, er sagt sich hoch. Bau dich unter ihn, bau dich unter ihn. Sneak. Bau dich unter ihn, bau dich unter ihn. Sneak. Ah, Ficker. Bau unter ihn, bau dich unter ihn. Ja, aber die kommen jetzt über den 1stack. Ich hab keine Picke, Alter. Unten. Unten. Ey, Deck, du geholt da. Haben die einen Bogen unter ihn. Ja, Ficker. Ja, Ficker. Pass auf. Ficker, komm nur mit Picke. Ich renne nur so. Ach, fader. Fuck, Alter. Hohenkind. Ach, die hinten oder unten jetzt? Die bauen OP weg, Leute. Gut, Luca, gut. Baut eine 8-Space. Baut eine 8-Space. Ja, baut eine 8-Space. Baut so wie Deathstreaks. Richtig ekelhaft. Oder wie Masters. Das ist höhö höhö höhö. Der ist eine Sonic-Dose. Erst vorn. Achtung, emoji. Kopf auf Gesetz. Kopf auf das Versachbarn. Die bauen eine Side-Space für... ...Finter. Wir bauen jetzt unten oder hinten hoch? Hinten? Ihr seid hinten durch, ich... ...undn durch. Die baut trotzdem hinten hoch. Ich mach hinten hoch. Wo sind die Leitern, die ich gedroppt habe? Ich habe die hier. Wir hätten fucking oben, wir hätten fucking oben gehabt. Das ist wieder so richtig ärgerlich, so richtiges Ding, wo wir uns nachher wieder drüber ärgern. Ja, das passiert Ende. Dann hitt ich den viermal und dann ist der so cool und es stirbt nicht. Flieg nicht, du wart nicht fliegen, wirklich. Die bauten unten ab, hallo. Panda geht vor und die fliegen unten. Ich hör noch, ey, läuft los, Porto. Lock die Leitern, lock die Leitern. Der spammt mich, oder? Kann das sein? Oh, als ob. Baut den Konterweg 3 breit, baut den Konterweg 3 breit. Gibt mir die Leitern vor den Beispiel. Ja, los, Chinstee, Kerat. Ich dropp ihn gleich daumen. Ich dropp ihn gleich daumen. Ich dropp ihn gleich daumen. Was war das? So, du Schmuchtel, jetzt kommst du her, ne? Komm her, Patton. Komm her, Patton. Komm her, Patton. Komm her, Patton. Guck mal, du bist so hoch, du bist viel zu hoch. Mach mal. Ich dropp ihn. Hast Blackpunst noch gedroppt? Das ist ein Teil. Kann einer bitte das Flatpaste einbauen und drop das Gold nicht ins Spawner. Luka, Luka, du kurz das Gold in Chesspick hinter dir. Baut das in der Wand, denk du. Das war das Eisnisch. Wie viel Gold haben wir? Ah ne, komm. Wie viel Gold haben wir, Leute? One-Stack, One-Stack, One-Stack und oben, One-Stack und oben, One-Stack und oben. Der baut zu eurem Konto, der baut zu eurem Konto. Hey, Leute, wie viel Gold haben wir? I don't know. Jungs! Jungs, 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 Jungs. Mach erst den auf dem One-Stack nicht, bitte. One-Stack, 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 One-Stack. Luka, Luka spam One-Stack. Da hinten sitzt der Baum. Ja, Jungs, also, Panda-Spanse. Und MLG gleich. MLG kommt, ich chill hier noch. Oh, Panda, du kleines Juhl. MLG, 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 MLG kommt. Lass One-Stack, oben nach, komm, oben nach, komm, oben nach, komm. Ja! Helft, Dings, oben, helft, Efrem oben. Ja, eine zu Efrem, zwei Bays. Eine Efrem, zwei Bays. Wir sind Gold. Leute, es ist keiner am Bett, das ist so easy weg, ne? Leitern mitnehmen, wenn jemand hochkommt. Ja, ich nehme Leitern mit. Und Essen am besten. Efrem, bau links in die Wand. Es ist welches Bett weg, Leute! Ja, der baut Maschinen. Achtung, Achtung! One-Stack, 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 One-Stack. Leute, ich hab gar nichts mehr. Ich greife jetzt mal ganz kurz den Bow an. Damit du ein bisschen ablenkst, ja. Ja, ich geh hoch, jetzt zack, du bist im Full-Equip. Er sieht dich, er sieht dich. Pass auf, Benni hat AIM. Gut, nicht mehr. Egal, mit ein paar Blöcke, mit ein paar Blöcke. Sag, wenn One-Stack wiederkommt. Jungs, sag, bin ich jetzt allein. Domi Spex, du One-Stack? Ich spiel One-Stack. Gut. Hey, Yannick, wenn du 3 scrollst, mach unten, ähm, Ding, mach unten EP, du. Ich bin ein cooles Expertenwiss für World bekommen. Hoffe ich mal für dich. Gleicher mit G, glaub ich. Nee, der wird doch nicht abbauen. Nee, ich glaub, der wird das abbauen. Ja, da bin ich sicher. Tommi, du One-Stack. Ach du, der macht scharf, der macht scharf. Der One-Stack ist immer noch. Toto hat nur Steinpecker. Eins wird runter. Beide vorbei, beide vorbei. BP, da oben, der süße Tratzier. Pass auf, Anze One-Stack. Mach hinten in der Wand, Yannick. Gut, Yannick. Geht mal einer, bitte. Tag du, äh, Tag du, so kräftig mal bitte. Einer Base und einer tagt, äh, Selander. Ja. Wir sind zu zweit hinten oben, das ist gut. Wenn ich guck, wenn ich guck nur oben bin. Nein, ich bin schon. Ich hab nur Tratzier, ich hab nur Tratzier. Achtung, Achtung, Bad, 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 Bad. Ech, 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 Ech. Schade, Ech, 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 Ech. Ja, wie soll ich jetzt alles loskommen? Kannst du nicht zu Penisarung? Ja, macht einfach den Board auf! Ich geht wieder hinten hoch. Ja, schwer, wir brauchen's da. Oh, ich bin jetzt fast tot. Und einer muss nur das Bett bitte an der Seite besser einbauen Jetzt tun wir das ganze Gold wieder in den Spiels Ja, Bett wirklich an der Seite besser einbauen Wenn der einmal Emerging macht, haben die das Bisschen Mach das mal, Bett an der Seite Tag du bitte Dankeschön Hau da einfach Blöcke hin Genau, mach, ja genau, genau Tag du, du bist cool, ich mach dich Hier sind 3 Gold und 7 Einsen, tut die mal irgendwo rein Wie viel Gold haben wir denn in der Test, Jungs? Schaut mal bitte nach Die können jetzt immer wieder vom One-Stack, ne? Vergesst es nicht Wir haben ja jetzt 15 Gold gesamt Ja, dann lass Yannick unten durch IP machen Ja, Yannick, machst du? Ich geh einmal hoch Mal lass ihn Stärke machen, dann hat der ihn safe Yannick, du musst jetzt den Kirk-SG-Expert ficken, ne? Ja, die Bomben mit Eisenbergsbett zu, Jungs Ja Domi, speckst du, äh, wo speckst du gerade? Ich bin ja da oben Nein, woanders bin ich hin, das bin ja nicht 2 sind oben Leute, es sind 2 oben, aufpassen Benni, Benni bekommt... Ja, wir brauchen den T-Schutz, brauchen wir den T-Schutz Gerudo und Frey, äh... Grazie, ja, keine Ahnung, wie man den ausspricht Scheißegal, Fotze, nehmen wir Fotze Da, 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 eine Fotze zeigt wir weiter Schieß, schieß nur unter der T-Schutz, wer immer B-Bow hat Genau, Fotze oben Genau, hol die Fotze los Genau, so ist richtig Fotze, geil Als ob... Oh... Als ob er so einen Lack hat Yannick Yannick geht's unten durch mit IP Wie er einfach gar nichts kassiert, das ist so... Alter, als ob... und ich hab ja noch einen Lack, ich hab' hier STRONT Ja, Hz. Wir� jetzt mr, schaffp about me ist noch oben, ich hab' hier, ich hab' hier Durchbauen Jaa super, oben ist noch einer, oben ist noch einer foolster Deathlyft, Deathlyf I Wunder, passauf Sch coefficient ab Hapdihn Sch möchten abwenden S Miss滴 Jetzt müsste die IP unten a Und einem durchkommen, Yannick Jaa Ich bin da Die bauen gerade so einen richtigen Aids-Schutz. Was heißt Aids-Schutz? Die bauen so einen One-Stack-Aids-Schutz. Braucht ihr einen T-Schutz? Äh, EP meine ich? Ja, äh, äh, Rettung. Ähm, MLG glaube ich. Nein, nein, das war ich, das war ich. Ich hab Dode bekommen. Hast du den Typen oben? Ja, ich hab Dode bekommen. Die bauen so eine Trappe, weißt du, du darfst nicht so weit vorne ab und bist du gefickt. Und baut auf der anderen Seite... Tais, du weißt nicht, wo das Bett ist ungefähr. Und baut auf der anderen Seite aufs Bett bisschen besser ein. Noch fünf, dann hätt ich, ähm, Eisensch... Junge, der Bow... Ja, dann warte! Eisenschmerz, der reagiertest du dann, ne? Was war das? Oh, Katja Moline, oh schade. Was, Katja? Ja, du wärst grad oben bei Wendy, der ist fast geholt. Leute, wie viele Bays? Ähm, zwei. Warte kurz, ich geh nochmal nach oben. Alter, die bauen so eine richtige Aid Space, ne? Pam, 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 pam. Du musst halt, du musst halt einen holen. Und dann darfst du nicht so weit vorne abbauen. Einer geht hoch, Anne. Einer geht hoch. Geht ganz weit hinter. Der baut, der baut jetzt so einen EP-Schutz zu halben. Glaub ich zumindest. Leute, da oben ist, äh... Ja, wie viele Bays? Einer. Einer, einer. Du kannst. Träftig von da. Ich hab keinen Bock, dass du verkacken. Ja, du trifft locker von da. Scharf! Scharf, 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 Scharf. Scharf, Scharf, Scharf. So, Dodo ist wieder voll. Lenk die Kaffe weg, Leute. Passt schon, was MP da macht. Lass ihn, lass ihn. Nein, du hast einen Scharf auf dem Bett. Denk's auch. Denk's auch. Denk's auch. Ja, Tek, du, das muss hier hochkommen. Ich glaub, Benni hat den 13er. Glaubst du? Unser Test ist weg. Ja, na, er hat grad den neuen Boden bekommen. Was? Ja, ich glaub nicht, dass... Ja, der 13er hat. Ja, der 13er hat. Ey, ernsthaft? Als ob... 13er oben? Ja. Ach, laber doch keiner. Als ob... Leuer. Ja, ich bin jetzt schon fast tot, Alter. Ey, die, die, die bauen unten zu eurem Weg hin. Die bauen unten zu eurem Weg hin. Ich glaub, sie wollen es blieben, dass sie keine EP machen können. Ja. Ey, Yannick, wenn du, wenn du gut bist... Ey, hinten ist einer, ne? Wie viele Bays? Einer. Aber einer ist unten auf dem Meg. Hier. Yannick, wenn du, wenn du gut bist, kannst du die EP unten gegen, unten gegen die Base werfen. Aber das ist schwierig. Wir haben ein Rettus-Plattform halt Bett abbauen. Ahhhh. Coolstack-Bappen. Hey, coolstack-Bappen. Hey, coolstack-Bappen. Hey, doch, das ist leichter sogar. Das ist leichter. Ja. Ja. Also mit Rettus-Plattformen dran, oder was? Also mit Rettus-Plattformen dran, oder was? Ja, mit Rettus-Plattformen. Das ist so ne Treppe, die so leicht nach oben geht. Wenn du da unten hinwirfst, hast du das Bett so easy. Ja, ich kann nicht shoppen. Ich bin instant lowlife. Ja, bau dich safe beim shoppen. Ihr habt kein Cock-Web mehr? Geh dahinter. Ich krieg kein noch. Ja, mal popp mir da mal einen größeren Schub. Und! 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 Ja, das schafft sie schon Ich will den Bogen wieder nehmen Ja, immer viel Bennys Leute, wie viele Bays? 2, glaube ich, ne? Ja, 2 Aber 1 ist blieb wieder unten 2 sind Bays Du kannst die IP oben draufwerfen oder unten hin Unten mehr Save-Bet, denke ich Und oben hättest du Fett und gespielt Würf eher unten Alter, was ist mit deinem Bays, Mann? Einer kommt, einer kommt Das fliegt unten Wird oben noch gespliegt? Äh, ja Da kommt, da kommt, da kommt Da kommt, da kommt Das fliegt unten, Leute, ne? Ja, oben ist keiner mehr Unten pushen Holt den unten Ja, unten ist sonst die IP, keine Chance Obwohl, doch Gegen der Ida-Bays ist die IP easy Ja, Leute, immer muss man Weil, weil ich, weil ich Hattet ihr IP? Lauft doch nicht oben durch! Leute! Doch! Eine lenkt oben! Er schießt mich nur ab! Ja, Digga Deswegen unten durchlaufen Aber wenn er mir einen Hit drückt Nice to hast ihn Wenn er mir einen Hit drückt, bin ich tot unten Ja, aber ich geh hoch Und, äh, lenke den ab Ich geh jetzt hoch Schraff ich von da noch IP? Ja, ich glaub schon Ja Warte, ey Ich geh uns ein leichen Bays an Ja, schaffst du Ja, ne, Grady Ja Ja, schaffst du, Isum Aber es sind noch zwei Bays So, ich bau jetzt Du könntest halt obendrauf werden Durch jede scheiß Base Könntest du obendrauf werfen Nein, Panda hat ihn auch schon geholt, Digga Ich weiß nicht Der kriegt mich da Ja, ich bin jetzt da auch schon wieder Der kriegt mich da Der kriegt mich da Der kriegt mich auch die ganze Zeit Was ist, wenn wir oben mit dem Bow hingehen? Das bringt nichts Ja, Leute, du brauchst mal mehr Wurensohn Waren mal davon eine Base raus unter ihm, damit ich, damit ihn unterhauen kann Und baut mal Dings, baut man den T-Shots ein bisschen größer Gib mir mal das jetzt so gut Ja Ich mach das so nicht One-Stack, one-Stack Klappt ja nicht 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 Klappt Klappt Ich geh jetzt mal hoch nochmal die Lage abchacken Oben, oben kommst du nicht hin Kommst du nicht hin Oben geht nicht Oben könnt ihr vergessen Achtung, Monster ist einer, ne? Der spawnt mich Was ist das denn für'n Huren? So weit abgebaut oben, oder was? Ja, oben, der ist 13, das lohnt nicht Aber was auch denn 13 hat immer was richtig abfacke Raybau noch ein bisschen, genau Raybau Achtung, fast bad, fast bad, bad Oh mein Gott Egal, hätte er so nicht bekommen Trotzdem gut Finde auf jeden Fall den unten, den Bogen Der ist auf jeden Fall so nice Ja, es sind immer 1-2 in der Base Und Kralotti kann die IP locker, locker Ja, ich Ja, ich will mir das jetzt einmal angucken Und du kannst chestnutten auch nicht Bau, bau so weiter, damit es sich auch Ey, dieser Bogen, ne? Da hast du alles dabei Nein, hab ich nicht Dann bau weiter MLT, Leute Okay, verpackt Kau, du kannst so easy draufwerfen Also wenn du das nicht schaffen würdest, ne? Kralotti Leute, ich hab ne Idee, wie wir hochkommen Ich hab ne Idee, wie wir hochkommen Erzähl Auf dem Spawn tauern Aber unten noch nicht einbauen Also unten noch freilassen Dann tauern wir uns die ganze Zeit hoch Und, ja Äh? Krieg ich nicht Hä, wir spawnen dann die ganze Zeit da oben Äh, Spawn ist da oben Ja Könnte Dodo IP stärker haben Könnte? Äh, Dodo geht 1stack Okay Du meinst jetzt einfach IP Martin kommt, Martin kommt von 1stack Also IP mit Rettungsverform solche oben dran machen Das könntest du machen Das könntest du machen Das könntest du machen Hättest du's Bett Aber oben könntest du ein Spieler holen Easy, das ist genau schon wieder diese scheiß Situation wie bei mir Ja 1stack Der kommt jetzt glaube ich Ja, hab ich schon gesagt, dass der da ist Ja, aber ich glaub der kommt jetzt Ich würd lieber oben drauf machen und ein Spieler holen Ja, guck mal die Schucht halt, guck mal Ja, ja Die Schucht laufen, geiler Ja, wir haben jetzt auch Stärke Ja, Janik mach Karotti, ich glaub an dich Du weißt, du bist der Beste Ich schaff, ich schaff nur Wenn du jetzt machst, könntest du's holen Ey, der ist so low, ne? Bevor die halt drauf gehen 1stack, 1stack Ich bin down 1stack Instant Schafft ihr das? Okay, 1stack safe Passt schon Also safe noch nicht, nicht safe, nicht safe Der wird bestimmt locker mit dir vor das Bett machen Dann werd ich hinterherjumpen Er ist down, er ist down, er ist down Nice Mein Bildschirm, was hat denn der da? Hey! Hey, check loot Leute Da war nicht drin, oder? Ich hab alles, ich hab alles Ja, aber die wissen jetzt Bescheid, die wissen jetzt Bescheid Hey, was sollen die? Gegen den EP unten dagegen können die nichts machen Wer exaktet ist mit der Aufmerksamkeit Ja, Dumi? Ja, ich schau unten und oben Also, 1stack war ich grad Oben ist keiner Schau, dann schau, ich küsst in deren Base Einer, der einfach nur auf MLG hinzu achtet Es sind, es sind grad drei Leute Base Dodor equippt sich längrecht Ich denk mal, was du gemacht Kannst du oben auf MLG achten? Ja, ja Gut Ich denke Dodo macht was Ich bin mir nicht sicher Oh fuck, Alter Was ist dreckig Dodo kauft mich Ich komme jetzt zu zweit full equip hoch Ja, Dodo macht Einer Base, einer Base Drei Base Drei Base Und Dodo kauft lange Ich dachte zwei machen full equip jetzt Also Ja, aber Dodo kauft lange einen Dodo hat Eisenschwert Dodo hat Eisenschwert Ja, ich hab Warpawler Ich drag die kurze, komm dann direkt zurück Ja, mach Ja, dann mach aber Das sind zwei full equipte Wie viele Base? Zwei Full Der Einer hat sogar ein Eisenschwert Dodo oder was? Wie noch immer Du kannst unten dran Rettungsplatte machen Dann hätte er das Bett Ja, aber ich denk Ja, und dann kann er sich zurückposten Aber das ist trotzdem risky, Digga Tag mal die Zeit 23 Ja, nee, dann lohnt sich das mit Bett nicht mehr so, finde ich Ja, passt Bleibt mal zu dritt base Dann würde ich über Bett und Spieler wohnen Jetzt ist nur noch Einer Base Der Einer drin hoch Soll ich jetzt machen oder nicht? Dodo kommt one stack Ich würds machen Ja, mach Oder hat Dodo überhaupt EP? Ich würds machen Domi Spektur mal kurz Dodo Ich glaub ich, dass Dodo EP hat Warte Es würde sich für die auch nicht lohnen Wenn sie jetzt eine EP machen Ja, keine Ahnung Er hat auf jeden Fall ein Eisenschwert in der Hand Aber es lohnt sich Aber die EP ist halt so Ich weiß nicht Ist so vorhersehbar Es ist so Bei 23 bis 24 Minuten sowas zu machen Wie viel Base ist einer noch? Einer Ja, go Traci macht glaub ich gleich TNT Go, Junge Hol Dodo noch nicht Hol Dodo noch nicht Nicht Dodo holen Weil Dodo ist krass Dodo ist echt krass Perfekt getroffen Hinter dir, hinter dir Janik Janik Ja Ja Janik Als ob du nicht reinkommst Janik Ja Mit Janik Dodo hat Ecke stärker angeflucht Ja, nice Als ob du Janik Janik Ja Voll spätig Ja Nice Oh mein Gott alter du kleine Fotze Ich liebe dich Alter Weißt du wie scheiße knapp das war ja nicht Das war ja nicht Port dich heim Port dich heim Ich bin tot Ich bin tot Ich hab ihn aber Ich bin full Ich bin full TT Schutz Alle TT Schutz bauen Ich mach Stärke Ja gut gut Pass doch Dodo auf Hol Dodo Hol Dodo Du musst Dodo holen Ey du musst Dodo Dodo down Dodo down TNT TNT Geht nicht in die Base Geht nicht in die Base Nein nicht in die Base Bleibt weg von der Scheiß Base Geht weg da Ich hab Stärke drin Geht bloß weg da Scheiß auf das Bett Kommt Holt ihn Holt ihn Holt ihn Holt ihn Egal Einbau Baut Dach Baut Dach Nice man Alter Das Liner spielt nochmal Baut Dach Baut Dach Baut alle Dach Dach Es war Ich glaube Dach Geht von aus 100% Getroff Ja das wäre ein bisschen Das wäre das Hörnbauband Das ist das Hörnbauband Das ist das Hörnbauband Das hat das Bett geholt Das war Hörnbauband Er hat das Bett geholt Ja das war Hörnbauband Vor allem mit CopRap Mit CopRap ohne Bett auch nicht Schlecht Panda Und zu mir sagen Mit so viel MS das schafft Aber kein CopRap Hörnbauband Ich hab's gesehen, das war so knappe Ferzen, hattest du? Ich hab mit zwei das Bett abgebaut. Was ist eigentlich in der Base abgelaufen? Ich weiß gar nichts. Es war so heftig, der wurde so gebostet worden, so richtig heftig gespammt. Ich konnte nicht zu ihm hoch, dann hab ich so immer das Bett ein Stück abgebaut. Und dann hat er mich immer weiter gespapet, da kam er irgendwann. Dann hab ich immer auf First Head gegeben, er war down, konnte nix machen. Hätt er mir First Head gegeben, wär ich down gewesen. Aber mein Pink plus Logo, ne? Mach F***, cooles G-Expert-Lappen-Kinder. Ja, das ist ne Base, das ist ne Base. Ich hatte bloß fucking Einser equippt. Ich hab noch Stärke drin, ne? Ich hab noch Stärke drin. Mein Bogen ist aber fast kaputt. Ich weiß nicht, ich hatte den 13. Nein, geht mal davon aus, dass es einen hat. Aber Leute, ohne Scheiß, richtig nice Speckleistung. Ohne Scheiß, geht schon. Der Anfang war nicht so. Ohhhh, Junge. Aber wir haben jetzt ins Video gegeben. Geil gemacht, geil gemacht, Mann. Mal gucken, ob wieder zwei sterben. Alter, wenn das so ist, ne? Dann ficke ich KWC den Arschloch, ne? Ey, ne, dann... Ja, die zwei sterben mehr oder alle. Maustag kommen wir auf. Mordst du sagen GG? Ja, die hat uns zwei Mord geschickt. Trotz Server-Bug, dass zwei gestorben sind. Hat die einfach GG geschrieben, obwohl die den Bug gesehen haben. So richtige Hurenkinder, weißt du? Echt so nett. Hey, Tilara ist cool. Ja, Tilara ist cool, aber... Schießt mal. Genau, schießt. Hä? Ist er behindert? Ist er behindert? Nice, Alter. So gut, so gut, so gut, so gut, Leute. So gut. Ja, GG. Alter, so gut gemacht, so gut. Micky hat kommentiert. Ja, Micky hat kommentiert mit Sonny. Laber nicht. Doch, hat er, ich hab ihm geschrieben, ich hab ihm geschrieben.